Willkommen zu Recenter News am 4. September 2018. Heute ausnahmsweise nicht aus unserem schicken Studio, sondern aus einem Zelt in Kroatien. Es sieht ein bisschen aus wie auf der Flucht oder in Afghanistan, aber wir sind einfach nur im Urlaub und wir nehmen prinzipiell keine teure Technik mit in andere Länder. Der Hinweis zunächst, wir haben die neueste Closeout-Liste gepostet, 5.11 Tactical. Das kam erst gestern, glaube ich, rein. Das heißt, die neuesten Restposten, Auslaufmodelle und so weiter sind dort aufgeführt. Das heißt, wir müssen das Einzelne nochmal durchchecken. Also da gibt es dann wirklich das beste Zeugs für 20% reduziert, 40, 50 oder mehr Prozent reduziert. Also schauen Sie einfach auf recenter.com. Sie sehen das sicherlich dann in den entsprechenden Teilen unserer neu gestalteten Seite. Das ist recht übersichtlich. Da finden Sie dann die PDF-Liste. Schreiben Sie einfach eine E-Mail an alex.recenter.com, wenn Sie sich für Artikel interessieren. Wir schauen das dann für Sie nach. Eine ganze Reihe an wichtigen Ereignissen, meine Damen und Herren. Und der Blog-Webseite Anonymous News, einschlägig bekannt und berüchtigt Anonymous News, vermeldete eine vermeintliche Sensation. Angeboten, angepriesen als Exklusiv-Story. Der Mord an Daniel H. sei geplant gewesen in Chemnitz. Die Zeitung Weser Kurier hätte schon zwei Tage vorher davon Bescheid gewusst und hätte das dann auch noch gepostet. Und ich habe dann mit dieser Meldung durchgelesen und der erste Gedanke war, dass das irgendein Datenbankfehler oder irgendeine falsche Einbuchung in dem Datum oder sonst irgendwas. Und der Weser Kurier hat sich dann auch noch hier dann, der Weser Kurier dann natürlich noch eine Darstellung veröffentlicht und gesagt, die bekamen diese Meldung von einem externen Dienstleister und wurde automatisch veröffentlicht und so weiter. Und wenn da sich ein Fehler einschleicht, dann erscheint der Fehler auch eben dann so auf der Webseite und dementsprechend auch in Google, wenn man nach Nachrichten sucht. Also, es ist prinzipiell wichtig und richtig, dass man hinter die Dinge guckt und dass man halt eben dann auch schmutzige Tricks hier vermutet oder dass man zumindest in diese Richtung untersucht und so weiter und so vor. Das gab ja einige komische Sachen natürlich dann im Umfeld von diesen Chemnitz Ereignissen, aber so eine richtige Bombshell Sensation, die findet man nicht einfach so quasi auf der Straße zum Aufheben. Also wir hatten das schon bei anderen Fällen, wenn dann irgendwas falsch startiert wurde und so weiter und dann steht der eine Server in der anderen Zeitzone wie der andere Server oder ein Format führt zu einem Fehler mit der Datumsangabe und so weiter. Also da muss man schauen, wenn man so einen Anfangsverdacht hat und mehr war das erstmal gar nicht. Wenn man so einen Anfangsverdacht hat, muss man eben weiter nachgraben und halt rausfinden, okay, wer hat das geschrieben und so weiter und so fort. Ich habe mir das dann natürlich relativ genau angeguckt und die Vorstellung ist natürlich dann relativ absurd, dass da bei einem geplanten Mord Reporter dann vorher eingeweiht sind und die das dann auch noch irgendwie dann zu früh veröffentlichen. Und dass dann noch ein Konzert mit irgendwelchen linken Stars dann noch angekündigt wird und so weiter und so fort. Also hey, da passiert irgendwie in zwei Tagen ein Mord. Wollt ihr die Toten Hosen nicht zu einem Konzert auftauchen oder irgendwie sowas? Also das heißt, die Leute oder die eine Person oder wer auch immer diese Seite macht, Anonymous News, berichtete eben, dass Google angibt, dass dieser Artikel vor zehn Tagen eingestellt wurde. Also am 24. August 2018. Dann wird noch erzählt, dass eine Meute, dass eine Meute auf die Opfer losgegangen sei. Also es sei hier wesentlich brutaler gewesen, als bisher geschildert wurde und es habe auch den Charakter einer geplanten Tat. Also auch hier muss man genauer hinschauen. Man bezieht sich hier auf die angebliche Aussage eines Bekannten, der da irgendwie, Aussage eines Bekannten von jemandem, der da involviert war. Und dann gab es natürlich noch Überlegungen in diesem Artikel von Anonymous News. Wie kann man ein Großkonzert auf Festival-Niveau so schnell auf die Beine stellen und so weiter? Also wo kriegt man schnell die Technik her und die Bans und so weiter und so fort? Aber wie gesagt, man hat hier nicht mehr als einen Anfangsverdacht und das reicht halt noch lange nicht. Man muss den Unterschied schon kennen zwischen dem Anfangsverdacht und einer Argumentationskette oder einer Beweiskette. Außerdem wäre das eine ziemlich absurde Aktion gewesen. Also irgendwie der linke Deep State bei uns oder sowas plant dann so ein Massaker. Und das landet dann auch irgendwie Tage vorher in einer Zeitung der Weserkurier. Und diese Gewaltnummer verhilft dann quasi dem rechten politischen Spektrum zu Auftrieb. Also irgendwie passt das alles nicht so richtig zusammen. Wir haben hier gemeldet, der Verfassungsschutz meldete relativ früh und rechtzeitig tausende rechte Demonstranten. Das war ein bisschen vorher. Aber die Warnung verhalte anscheinend ungehört. Man wollte offensichtlich hier oder nahm es in Kauf, dass es halt zu diesen Bildern kommt. Ja, der Staat ist zu schwach. Ein paar hundert Polizisten auf sechs, sieben tausend rechte Demonstranten und so weiter. Also da gibt es schon sehr sehr komische Sachen. Und jeder ist natürlich dann ermutigt, hier zu untersuchen, aber dann bitte auf einem gewissen Niveau. Es kam ja dann in der Vergangenheit immer wieder zu solchen Hexenjagden und Hasskampagnen. Also wenn im Netz dann gedacht wird, jemand ist schuldig, dann gilt der irgendwie halt schuldig. Und das hat halt eben dann gewisse Konsequenzen, wenn dann irgendwelche gewöhnlichen Leute wegen einem dummen Zufall oder wegen einem Irrtum, wenn die dann halt Opfer werden von so einem Mob, von so einer Hexenjagd. Also hier heißt es dann von diesem Weser-Kurier, falsch datierter Artikel, hat eine Verschwörungstheorie ausgelöst. Externe Dienstleister. Es handelt sich um ein Text von Teleschau, Mediendienst, GmbH, Nachrichtenagentur. Wurde durch einen automatischen Dienst auf weserkurier.de veröffentlicht. Und zwar am 29. August um 19.15 Uhr. Die posten auch das Datenprotokoll. Beim 24. August handelt es sich um ein Datum, das automatisch vom Redaktionssystem des Lieferanten, also diese Teleschau GmbH, generiert wurde. Und beim Import wurde halt dann das falsche Datum ausgelesen. Und Google hat dieses falsche Datum übernommen. Simpler Fehler. Nichtsdestotrotz heißt hier, viele haben sich ihre Meinungen bereits gebildet, halten die Änderung, die nachträgliche Korrektur des Datums von einem Artikel von einer Vertuschungsaktion. Zitat, verkauft uns nicht für blöd, schreibt dein Nutzer auf Facebook. Also klar, die Massenmedien haben hier die Glaubwürdigkeit längst verspielt, deswegen tendieren die Leute dazu automatisch zu sagen, gewöhnliche Medien müssen lügen bei sowas. Aber wie gesagt, professionelle Untersuchungen, was anderes, darf uns da gar nicht in die Tüte kommen. Es mag natürlich dann in so einer Mob-Mentalität sich gut anfühlen, gleich loszustürmen im Stil einer Hexenjagd. Aber vergessen wir nicht, wie schnell jemand innerhalb seiner eigenen ideologischen oder extremistischen Gruppe, wie schnell jemand innerhalb seiner eigenen Gruppe zum Opfer werden kann von einer Hexenjagd. Also Thema Säuberungsaktionen ist etwas, was ich durch die ganze Geschichte ziehe. Das auch jetzt bei den Nationalsozialisten oder bei den Sowjetkommunisten oder bei den chinesischen Kommunisten oder bei unzähligen anderen Revolutionen oder irgendwelchen anderen Gruppierungen. Immer gab es diese Hexenjagden und Leute wurden dann in der eigenen Gruppe dann eben beschuldigt, abgeurteilt und so weiter und so fort. Und ich habe mir jetzt dieses Buch komplett durchgelesen, Konspiration als Beruf. Und da findet man natürlich dann auch einige interessante Beispiele dafür. Unter anderem Erich Mielke, wie er dann selber Säuberungsaktionen durchgeführt hat und schlussendlich dann selber mehr oder minder gesäubert wurde. Er wurde dann nochmal angeklagt wegen dem uralten Mord an einem Polizisten. Eine Art Auftragsmord, mit dem er sich dann das Vertrauen der Kommunisten erworben hatte. Und erst dann durfte er nach Russland zur weiteren Ausbildung als Agent. Ja, also viel Agentenzeug, aber jetzt nicht so die richtige, richtige Spionage. Also ich bezweifle, dass er die richtig, richtigen Zusammenhänge jemals kennengelernt hat und verstanden hat. Er war halt vom Typus her Geheimpolizist und er war auch dann von seiner Ausbildung her mehr oder minder Geheimpolizist. Und er hatte halt eben dann letztendlich auch nicht die Zeit mehr oder minder auch nicht, um über sein Ding hinaus zu denken. Er war den ganzen Tag und als super disziplinierter Mensch. Ich meine, sprechen wir mal von diesem Klischee, dieses untünktlichen Linken oder das Klischee dieses Schlendrian-Linken und so weiter. Und Mielke war so der Preuße hoch 10 oder generell so dieser Korrektheits-Fanatiker hoch 10. Und er war dann jeden Tag beschäftigt damit, wer jetzt wieder in der DDR angekündigt hat, nicht zur Wahl gehen zu wollen und so weiter und solche Dinge. Also keine Zeit, um über den Tellerrand zu gucken. Jeden Morgen war er der Erste im Büro und wollte dann schon von allen Abteilungsleitern fix und fertige Berichte. Er fragte er, was ist in der Nacht passiert? Was ist hier das Neue? Also, das passiert ja dann recht schnell. Und in der Sowjetunion, klar, wer überhaupt liest, wer überhaupt Geschichtsbücher liest, sind ja nicht viele da draußen, der kennt zumindest die sowjetischen Säuberungsaktionen mit erfundenen Beschuldigungen. Und Mielke musste dann solche Schauprozesse selber dann anleiern, hat sich auch dann bereitwillig dazu bereit erklärt. Und dann gibt es dann so einen Satz, der überliefert das bei irgendeinem Verhör in einem Stasi-Gefängnis. Es ist uns wurscht, ob du schuldig bist oder nicht. Wir brauchen das für die Partei, für die Disziplinierung der Partei. Und wir betrachten das als einen weiteren Befehl der Partei. Das heißt, du bist jetzt mehr oder minder das Opfer in dem Schauprozess. Die Partei hat immer recht, also spielt eine Rolle. Also, man muss da ganz, 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 ganz vorsichtig sein mit so einer Hexenjagd-Mob-Mentalität. Das mag vielleicht am Anfang so wirken, als nützt es einem, als würde das der eigenen Gruppe helfen. Aber das kann sehr, sehr schnell umschlagen und dich dann selber treffen. Also immer schön genau, genau hingucken. Tja, dann hatte ich ja gewarnt vor, seit Jahren schon vor schmutzigen Tricks, schmutzigen Operationen, so wie die Morde an Dutschke oder Ohnesorg. Also da muss man natürlich darauf achten. Aber solche Aktionen, die können von verschiedenen Seiten aus kommen. Also da können die Russen involviert sein, da können die Briten involviert sein, da können die Amerikaner involviert sein oder deutsche Dienste oder wer auch immer. oder irgendwelche, was ja im Moment oder in den letzten Jahren viel, viel populärer wurde, privat wirtschaftliche Geheimdienste. Also fast die gesamte CIA wurde ja in den letzten Jahren ausgeweitet. Das ganze Personal ging dann zu irgendwelchen privaten Geheimdienstkonzernen. Also das Empire ist nach wie vor das Gleiche, aber es gibt verschiedenste geheimdienstliche Gruppen da draußen, die Ereignisse inszenieren können, ganze Kampagnen fahren können. Deswegen, ja, muss man halt eben dann bei solchen Ereignissen oder bei solchen Trends, wie jetzt halt eben dann Migrantengewalt in Deutschland, muss man da ganz genau hinschauen. Also gibt es da involvierte Personen, die sich verdient machen? Ja, so wie Erich Mielke damals mit seinem Polizistenmord. Und erst dann durfte er nach Russland zur weiteren Ausbildung, durfte nach Spanien in den Bürgerkrieg. Und dann machte er selbstverständlich dann, nach dem Krieg, machte Erich Mielke da natürlich dann Karriere in der DDR. Ja, dann die Möglichkeit von Doppelagenten. Also jemand macht sich schmutzig, indem er sich an irgendeiner geheimdienstlichen Operation beteiligt, lässt sich dann erwischen. Lässt sich erwischen durch eine andere geheimdienstliche Gruppe aus einem anderen Land vielleicht. Und lässt sich dann von dieser anderen fremden Gruppe rekrutieren. Und so hat derjenige dann den Fuß in der Tür. Und natürlich, wenn man rekrutiert wird von irgendeiner fremden Gruppe, dann will die natürlich dann auch wieder irgendwelche Loyalitätsbeweise. Und bei Erich Mielke, bei Erich Mielke war es ja so, dass er, also aus meiner Vermutung heraus, aus meiner fachlichen Sicht heraus, dass er dann mehr oder minder von Anfang an voll und ganz kompromittiert war durch die Russen und halt die Mittelsmänner, die Zwischenmänner in der Kommunistischen Partei Deutschlands. Das heißt, er beteiligte sich an der Planung, er schrieb vorher schon handschriftlich irgendwelche Bekennerbriefe und sorgte für Beweismaterial, damit die KPD und die Sowjets ihn komplett in der Hand haben können. Und Mielke wuchs ja in sehr armen Verhältnissen auf und verlor die Mutter recht früh und so weiter dann sofort. Und natürlich dann von vornherein, von frühester Kindheit an, die linke Indoktrination. Also sah er die Welt recht schwarz-weiß, narzisstische Persönlichkeitsstruktur, wurde ihm spät auch immer wieder attestiert. Also nicht nur innerhalb der DDR, sondern durch die Sowjets auch. Und das war immer so ein düsterer Fleck in seiner Akte. Also normalerweise hieß es dann da, charakterliche Probleme zu aufgeblasen und zu herrschsüchtig und so weiter und so fort. Anscheinend wurde ihm das dann doch als positiv ausgelegt, weil man sicher gehen konnte, dass er dann mit seiner Art von Persönlichkeit, dass er dann keine allzu große Bedrohung darstellt und jetzt nie groß über den Tellerrand gucken wird. Also man kann solche Leute einfach aufsammeln, finden. Ob jetzt im linken Spektrum, im rechten Spektrum oder in der gesellschaftlichen politischen Mitte. Man kann solche Leute einfach aufsammeln und finden. Da kann man die Akten durchgehen. Heute klappt das ja auch digital mit Algorithmen. Soll heißen, also ob jetzt halt mit diesem Psychometrics, dass man halt einfach dann bei der NSA oder bei den Briten oder was auch immer im Geheimdienst. Da hat man so eine Art Suchmaschine. Man hat so eine Suchmaschine und man tippt dann halt eben ein. Ich suche in Chemnitz oder im Raum Chemnitz suche ich einen so und so alten linksradikalen einschlägig vorbestraft mit einer Persönlichkeitsstruktur, die zu Psychopathie und Narzissmus tendiert. Und dann kannst du noch weitere Suchfaktoren eingeben und dann spuckt dir diese Suchmaschine halt dann einen gewissen Namen aus. Also so läuft das heute. Und dann kann man natürlich dann auch gezielt Leute natürlich dann auch bearbeiten, wenn die sich nicht sicher sind, ob die jetzt dann rekrutiert werden wollen oder ob die jetzt den nächsten Schritt machen, ob die jetzt dann so einen Mordauftrag annehmen von der kommunistischen Partei oder sowas. Ist auch interessant, wenn man diese historischen Sachen nochmal durchliest, was für revolutionäre, professionelle paramilitärische Strukturen die Kommunisten hatten in Deutschland in der Weimarer Zeit. Und dann pfiff Stalin die Linken hier zurück und Stalin wollte, dass die Nationalsozialisten an die Macht kommen. Aus strategischen Gründen. Aber es waren schon recht heftige Strukturen damals und man kann davon ausgehen, dass es heute auch recht heftige Strukturen gibt und die letztendlichen Strippenzieher sind halt eben dann die Supermächte. Aber man kann jemanden wirklich gezielt auch manipulieren, wenn derjenige sich nicht sicher ist, soll ich sowas machen? Soll ich jetzt irgendwie einen Polizisten umbringen und dann irgendwie nach Moskau gehen oder nach Russland gehen, um mich dann weiter ausbilden zu lassen? Soll ich den Schritt machen? Also da kann man auch eine Person dazu nochmal richtig drängen. Und letztens haben wir ein Beispiel gesehen in der Fernsehsendung Turn Washington's Spies. Also da geht es halt um diese amerikanische Revolution. Die Spionage auf beiden Seiten. Und das Ganze passiert auf dem Buch von Alexander Rose. Und man beleuchtet ein paar ganz nette Sachen, den Korperspionagering. Aber es ist sehr, sehr begrenzt. Ja, man soll bloß nicht die richtigen Zusammenhänge kennenlernen. Und ich habe dann diese Zusammenhänge, die richtigen Zusammenhänge erforscht und in mein neuestes Buch gepackt. Die tiefsten Geheimnisse der Supermächte Band 1 Revolution. Und dann gibt es so eine Stelle in der Fernsehshow Turn. Und ich habe das jetzt nicht auch nochmal abgeglichen nach der Sendung, nach dieser Fernsehepisode. Ich habe das jetzt nicht abgeglichen, ob die das jetzt erfunden haben beim Drehbuch schreiben oder ob das so passiert war. Da geht es darum, der Korperspionagering möchte unbedingt zwei Quaker anheuern. Möchte unbedingt zwei Quaker anheuern, weil der eine eben Zugang hat zu britischen Offizieren. Und die Quaker sind halt mordspazifistisch und wollen halt nichts wissen von irgendwelchen Geheimdiensten und so weiter. Cloak & Dagger Stuff und so. Und dann nutzt der Korperspionagering Caleb Brewster, also Mitglied von dem Ring, und Caleb Brewster und seine Leute überfallen dann in der Nacht der Nebel Aktion, unter falscher Flagge, überfallen diese zwei Quaker und schlagen den Vater und brennen irgendwie eine Scheune nieder oder so weiter. Und es soll also aussehen wie ein Angriff durch Briten oder durch Loyalisten, also durch Kräfte, die der Krone loyal gegenüberstehen. Und dann sind natürlich dann die zwei Quaker total wütend und lassen sich rekrutieren. Finden aber später heraus, dass sie mit solchen schmutzigen Methoden rekrutiert wurden. Tja, also, wie gesagt, Bildung, 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 das ist A und O und dann halt wirklich dann solche aktuellen Sachen gut untersuchen. Dann haben wir eine Meldung, in Bremen und Niedersachsen wird die AfD-Jugend beobachtet durch den Verfassungsschutz, also die jeweiligen Landesämter für Verfassungsschutz. Der Landesverband der Jungen Alternative in der Hansestadt sei jetzt Beobachtungsobjekt. Zu den Gründen machte man keine Angaben und das ist halt eben dann schwierig, hier natürlich dann zu bewerten, wenn die gar nichts von sich geben. Niedersachsen zog dann gleich die junge Alternative, die junge Alternative wird beobachtet, sagte Innenminister Boris Pistorius natürlich von der SPD. Und klar, die Rechten werden dann durch solche Aktionen oder die Konservativen werden durch solche Aktionen halt dann in diesem Denken bestärkt. Das ist natürlich nur politisch, also nur eine politische Aktion, dass also die eine Partei, die ihre Konkurrenz halt in ein schlechtes Licht rücken will, weil die AfD inzwischen ja, glaube ich, bundesweit sogar, die AfD also längerfristig auch an der SPD vorbeigezogen ist. Und trotzdem muss man in der AfD schauen, muss man in der AfD schauen, ob da einzelne Neonazis drin sind, ob halt was für Gedanken da sich verbreiten, Seilschaften, Kontakte zu Russen und so weiter und so fort. Und auch dieser herkömmliche Rechtsrevisionismus und herkömmliche Verschwörungsmedien, da habe ich schon einiges drüber gemacht. Da muss man schon drauf achten. Also da kann man nicht einfach sagen, das Problem existiert nicht. Das Problem existiert schon in der AfD und es ist natürlich ein Problem, wenn ein Großteil der Gesellschaft, also fast drei oder mehr als drei Viertel, wenn drei Viertel der Bevölkerung die AfD als Bedrohung wahrnehmen. Das ist natürlich ein Riesenproblem. Also da gibt es ja natürlich dann einige Leute, die reden dann in der AfD von Revolution, also von der friedlichen Revolution, gegen das Merkel-System. Andere haben dann so gesagt, die AfD ist jetzt die letzte evolutionäre Chance für Deutschland. Da kann man natürlich rein interpretieren, was damit gemeint ist. Wenn die AfD jetzt keine Mehrheiten kriegt in absehbarer Zeit, kommen dann revolutionäre, also vielleicht sogar möglicherweise gewalttätige Schritte. Also da muss man genau aufpassen, wer was sagt in der AfD, weil man mit den geltenden Gesetzen sehr schnell unter Druck gesetzt werden kann. Also die wenigsten von uns natürlich, fast niemand ist von uns, das ist Anwalt in Bezug auf solche politischen Verbrechen oder solche Geschichten. Und das macht es, sag ich mal, für den Verfassungsschutz auch ziemlich einfach, da neue Opfer zu finden. Ja, Leute, die halt irgendwas im Internet gelesen haben und das dann nachplappern und so weiter. Und schon sind sie irgendwo auf Video oder auf Tonband und da heißt es dann, naja, wenn das öffentlich wird, wenn das bei irgendeiner großen Zeitung landet, dann ist deine Karriere ruiniert, dein Ansehen in der Öffentlichkeit ruiniert, dies und das. Da muss man schon ganz, ganz genau hinschauen. Und wenn Leute halt eben dann reden von Revolution, Revolution, Revolution. Ich empfehle den Leuten den Artikel hier auf recenter.com mit dem Titel, das waren die überraschenden Großspender der NSDAP. Das ist ein Auszug aus dem Buch Adel, Geheimdienste, Militär, mein vorletztes Buch. Und da habe ich dann nochmal aufgeführt, die überraschenden Geldspender, überraschenden Großspender, um halt zu verdeutlichen, was damals notwendig war, also wie viel Hilfe die NSDAP aus dem Ausland brauchte und aus dem Inland und halt von seltsamen Kreisen, also auch Großindustrielle in Deutschland hatten dann seltsame Auslandsverbindungen und Spionagetechnik, technisch gesehen war das ein Albtraum. In einem meiner nächsten Bücher gehe ich nochmal näher darauf ein, auf diese Großindustriellen und die Förderung der NSDAP und diese Industriellen, die dann halt in der Bundesrepublik wieder zu den reichsten Menschen wurden. Also das ist ja auch so eine Sache, die man gerne unterschlagen würde im Moment. Man hackt auf die AfD ein, aber man spricht nicht über die Nazi-Vergangenheit oder die Nazi-Wurzeln von gewissem Personal, das dann halt landete beim Verfassungsschutz, beim BND, bei den großen Parteien und so weiter. Also hier nochmal kurz aufgezählt, Sir Henry Deterding, Ritter des britischen Königs. Also er war Niederländer, hat aber einen Titel gekriegt vom britischen König. Siehe auch die ganzen Familienverbindungen. Extrem reicher Hauptaktionär des Ölkonzerns Shell, also Royal Dutch Shell Verbindungen zum Hochadel. Sein Partner Marcus Samuel hatte die Unterstützung des Bankhauses Rothschild, das wiederum vom Hochadel aufgebaut worden war, siehe Hessen Kassel. Im Jahr 1920 wurde Deterding vom britischen König George V. aus dem Haus Hannover zum Ritter geschlagen. Zu den Großaktionären von Shell gehörte unter anderem das niederländische Königshaus, das natürlich einen entscheidenden Beitrag dazu geleistet hatte, die Hannoveraner auf den britischen Thron zu bringen. Und dann gibt es hier so ein gutes Buch, das heißt The Most Powerful Man in the World von Glenn Roberts. Dann Reichswehr, Völkische Zirkel, Ältere Damen, Großindustrielle, Italien, die Adeligen. Das ist auch so ein Buch, das ich mal genauer auswerten möchte. Die Historikerin Carina Urbach veröffentlichte 2016 das Buch Hitlers heimliche Helfer, der Adel im Dienst der Macht. Also hier zum Beispiel ein bekannteres Beispiel, die liebe Prinzessin Stefanie zu Hohenlohe Waldenburg-Schillingsfürst. Hatte wichtige Türen geöffnet, hatte zwei jüdische Vorfahren, bekam das goldene Parteiabzeichen. Und da gab es so manche von diesen angeblichen adeligen Nazi-Sympathisanten, aber die haben im Endeffekt nur die Nazis ausgehorcht und den Nazis einen Haufen Lügen aufgetischt, von wegen der britische Hochadel und die britische Oberschicht will keinen Krieg gegen die Deutschen und die Deutschen können ruhig Polen angreifen und so weiter und so fort. Natürlich dann sobald die Deutschen Polen angegriffen hatten, eskalierte das Ganze ziemlich heftig. Das ist dann dieses Churchill-Täuschungsmanöver, was nicht von Churchill erfunden wurde, aber von ihm doch zum Großteil verwaltet wurde. Also königliche Archive sind gesperrt, aber hier heißt es dann, hier es gibt eine im Deutschen Bundesarchiv aufbewahrte Liste hochadeliger NSDAP-Mitglieder. Also hochadelige NSDAP-Mitglieder aus den Familien Sachsen-Coburg-Gotha, Sachsen-Meiningen, Löwenstein, Hohenlohe und Sein-Wittgenstein. Ein Drittel bis die Hälfte der Hochadeligen in Deutschland waren Mitglieder der Partei und oder NS-Organisationen. Da habe ich in meinen Büchern auch schon ein bisschen mehr aufgetan. Also diese Mittelsmänner zwischen Nazi-Deutschland und Italien, fast in hohen Adelshäusern. Dann Union Banking und Brown Brothers Harriman, also Skull & Bones, Ford Motor Company, dann die Kartelle der Großindustrie, wo die Amerikaner mit drin steckten. Und das sind alles so Sachen, die die Rechten heute gar nicht hören wollen. Also diese ganzen Auslandsgelder und Patente und so weiter und so, diese Verstrickungen und Verwicklungen und das Geheimdienstliche, das wollen die Rechten irgendwie gar nicht hören. Das passt irgendwie nicht in ihr simples Schema F. Aber ich meine, wenn sie von vornherein keine Ahnung haben von der Vergangenheit und von diesen Mechanismen, wie wollen sie dann irgendeine große Revolution durchführen, wenn sie gar nicht wissen, was dafür notwendig gewesen war damals und wie leicht man halt dann eben verwickelt wird in Fremdkontrolle und so weiter. Also dann Flick und Thyssen, John J. McCloy, erst Deutschland mit aufgebaut, dann Deutschland ausgebeutet. Hier noch was zu John J. McCloy. Unter seiner Führung wurden gerade diejenigen Figuren des Dritten Reiches begnadigt, die am Aufbau des Dritten Reiches beteiligt waren. Also Flick, Grupp, Fritz Termeer, IG Farben und andere bekamen Freifahrtscheine und teils sogar das konfiszierte Vermögen ihrer Firmen zurück. Und diese Figuren beteiligen sich dann im sogenannten Wirtschaftswunder der Bundesrepublik. Und Direktor des Marshall-Plans war ausgerechnet W. Averill Harriman, Mitglied von Skull & Bones. Und dann auch hier Russland, also einiges an russischen Geldern für die NSDAP. Okay, yikes. Dann nochmal kurz zurück zu der jungen Alternative, also die junge AfD in Bremen und Niedersachsen, die beobachtet wird vom Verfassungsschutz. Das Problem ist halt, der Verfassungsschutz hangelt sich von einem zum nächsten. Das heißt, wenn theoretisch jemand in der AfD ein Doppelleben hat als absoluter Vollnazi und derjenige wird dann erwischt vom Verfassungsschutz. Und ich meine, Verfassungsschutz ist noch kein sonderlich guter Geheimdienst. Also, oder wird erwischt durch die britischen Geheimdienste hier oder die amerikanischen Geheimdienste hier, die ja auch tätig sind. Dann hangelt sich der Geheimdienst immer weiter. Das heißt, derjenige wird dann rekrutiert und muss dann weitere Leute ans Messer liefern. Das ist so ein bisschen wie in der Bekämpfung des Drogenhandels. Wenn du in Amerika erwischt wirst zum ersten Mal mit irgendwie harten Drogen, dann heißt es dann sofort liefer uns drei Freunde von dir ans Messer. Dann kommst du glimpflich davon. Also, du musst dann irgendwelche Freunde anrufen von wegen, hey, ich möchte was kaufen oder ich habe was zu verkaufen. Wow, treffen wir uns und so. Es wurde auch schon alles sehr, sehr gut dokumentiert, wie das da abgeht. Und ja, man kann davon ausgehen, dass es halt bei solchen politischen Geschichten halt dann ähnlich abläuft. Was mich auch immer wieder verblüfft ist, wie oft man diese Karte spielt mit der Identitären Bewegung. Also, es heißt dann ständig, Person so und so oder Organisation so und so hat eine gewisse Nähe zur Identitären Bewegung und die Identität werden ja auch schon beobachtet vom Verfassungsschutz. Und jeder, der jetzt dann irgendwie dann im Fahrwasser der Identitären Bewegung ist, gilt dann auch gleich als total suspekt und wird dann vielleicht auch noch vom Verfassungsschutz beobachtet. Was ja viele Dinge beinhaltet, unter anderem auch halt natürlich große Probleme für jemandes Ruf in der Öffentlichkeit. Aber ich frage mich dann, warum dann immer diese Identitären Bewegung hergenommen wird, als sei es ja radioaktiv. Bis zum heutigen Tag habe ich noch keine richtige Erklärung gesehen, warum die Identitären Bewegung es verdient haben soll, vom Verfassungsschutz beobachtet zu werden. Also, letztens waren sie ja auch vor Gericht gestanden in Österreich und es hieß ja, verschiedene Geheimdienste hätten die Identitären schon infiltriert. Und ich habe mir dann gedacht, also entweder ziehen sie dann irgendwelche ganz dollen Sachen aus dem Hut, ja, die dann von irgendwelchen V-Leuten und Agenten dann beschafft wurden. Und man zieht das dann aus dem Hut und verurteilt die Identitären. Und ich habe dann gesagt, wenn sowas nicht stattfindet, also wenn man da nichts aus dem Hut ziehen kann, dann ist das Ganze eine totale Nullnummer. Wozu dieser Prozess? Absolut lächerlich. Und das hat man ja auch gesehen. Da hieß es dann vor Gericht so, ja, die hängen da Banner auf und wollen keine Migranten und so. Also irgendwas ist da total seltsam. Und wie gesagt, ich habe natürlich dann ein Auge drauf. Aber es ist halt das Problem, ja. Die Leute messen Patriotismus daran, inwiefern diese Person ungeprüft, unkritisch das nachplappert, was im herkömmlichen Rechtsrevisionismus geglaubt wird oder in herkömmlichen Verschwörungsmedien geglaubt wird. Und je mehr du das glaubst und pusht und nachplapperst, umso patriotischer seist du. Ergo, wenn jemand in der Szene unterwegs ist und aufsteigen will, muss er das nachplappern, macht sich dann damit eventuell strafbar, wird dann eventuell eingesammelt vom Geheimdienst und dann weiter in Position gebracht. Und wer weiß schon, was für Beweismittel gegen wen irgendwo in der Schublade liegen. Und deswegen ist es halt, sag ich mal, wichtig, dass man sich nicht standardisiert verhält, nicht so durchgenormt verhält. Weil die ganze Literatur da draußen, also klassische Verschwörungsliteratur und klassischer Rechtsrevisionismus ist ja sehr stark durchgenormt. Das ist immer das Gleiche. Und wer sich so vorhersehbar verhält, der ist natürlich dann ein leichtes Ziel. Auf Wiedersehen. Und so weiter.